jo madonna mit willkommen zurück zu the planet crafter ja nachdem wir beim letzten mal hier hin und her gelaufen sind einige sachen gesammelt haben und das ding hier einfach nur hingestellt haben erstmal dass wir in der nähe von dem raumschiff davon sind und eigentlich pflanzen röhr hinstellen wollten und dafür die ressourcen gesammelt haben sammeln wir erstmal noch was wo ich gerade kein magnesium silizium eis und eisen klar titan bewässerung 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 ja ist ja gut ist ja gut noch haben wir genug also passt schon so geil so ist nicht okay diese anzeige und in der ecke steht jetzt modded aber irgendwie funktionieren die mods doch nicht so wie sie sollen ich weiß nicht ich muss mich doch noch mal genauer mit auseinandersetzen aber ja eigentlich sind das nur so lapida sachen wo einfach zeit passen so kann man machen muss man eigentlich nicht jeder so wie wir leben ich packe euch trotzdem unten in die video beschreibung den link zu dem zu der modliste ist über vortex ja und da könnt ihr ja mal reingucken was alles so drin ist wir verdursten und trinken einmal trinken so ich wollte sonst noch einbauen kein strom ist da haben wir aber kein strom mehr blumen okay da haben wir noch 200 da machen wir das gleich nochmal wieder an das und da rein wir können solare module bauen kobold brauchen wir dafür noch kobold hat mir nix mehr kobold ich meine kobold wir brauchen kobold eisen silizium für silizium zwei eisen wenn man hat vier da vorne gehe ich erst mal die ich erst mal kobold holen kobold kann man ja so nennen ist ja nicht schlimm ist ja egal ich hätte mal gucken müssen wir viel strom wir noch haben was haben wir hier silizium da haben wir noch ein eisen das könnten wir drei bauen drei wochenmengen eisen hier hier können wir damit jetzt bauen dann nochmal zurück dann platzieren wir jetzt einmal noch die solarpanel fahrzeug frage ist nur wo 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 dr schuhe wie noch ein eisen rumstehen nenne doch da vorne oder 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 hier sauerstoff niedrig ist egal wir kommen schneller schneller ob durch die tür ränder ja klappt doch ich wollte einmal dass ich das dann einfach hierin baue und dann hier so abhände rauf äh da Gott ich sollte mal lernen das zu drücken dafür äh machen wir mal so zack Strom ist da oh Gott ja ihr seht nix nein es ist nix passiert mhm ach komm wir packen die so aneinander ne so wie können wir noch bauen zwei stück wohl mhm ok ok rein damit uns wird halt noch ein eisen sonst könnten wir bauen so sauerstoff naja wir müssen noch wärme bauen wärme ist halt gerade recht langsam 0,30 peaks toll ähm iridium zweimal eisen 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 kobold aknesium titan ich hab doch ist der g gedrückt oder strong 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 und eisen obwohl wasser äh 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 hab ich gerade was gelernt glaub nicht ne glaub der piep manchmal so piep 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 alle haben dich nicht lieb ähm 17,7 0 haben wir jetzt ok 9 haben wir noch verfügbar das haben wir noch verfügbar wir brauchen immer noch eisen Gott wenn man dieses eisen ausfällt immer das haben wir hier eigentlich noch alles da haben wir die die Bohrer die macht noch wärme ne ne Luftdruck die macht den luftdruck haben wir hier eisen irgendwo titan kommen wir nimm erstmal mit haluhut haluhut oh man das ist dumm ey eisen äh eis eisen klar silizium ich glaub wir haben kein eisen drin oder mhm eisen doch eisen ist zu selten ey da haben wir noch mal eisen na schön brauchen wir noch ein bisschen eisen wir müssen echt in die Wärme saustoff 3 gut Frage ist nur was wir dafür brauchen Frage ist nur was wir dafür brauchen hm gucken wir gleich mal Sauerstoff geht auch schon wieder lang den Ende entgegen es geht halt so schnell ne zack das sagt auch unser Rucksack zwei Plätze noch ok draußen ist mit der Ritten ich schau wieder das ist eigentlich nicht egal wenn wir hier drinnen sterben wir sind eh ne ne und tot und da war ich wieder tot naja ich wollte schon sagen umsonst eisen aber ne 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 können wir eigentlich getroffen werden von den Dingern das weiß ich gar nicht wir müssen uns gucken die droppen ja neue Items dadurch ne glaub ich was kam da eisen dein Inventar ist voll äh komm hier jetzt machen wir nochmal ein eisen ok die meisten eisen kommen also von ganz da oben hm übrigens haben wir uns nicht mal wirklich geheilt gerade ne hm äh wie teuer war Solarpanel ok dann würde ich halt nochmal ein Solarpanel machen dann haben wir nochmal ein bisschen mehr Energie zack bauen wir hier hin auch so zu rumpeln ey das platzieren ist dann echt öde öde klar ich mein Mist aber gut ähm ich wollte Heizungsstufe 2 bauen die packe ich dann nochmal hier an dann kann ich minus 3,5 minus 1 macht halt das Doppelte ne können wir mal so machen und bauen hier von noch eine zweite nahrungkritisch so wie sieht das mit Wärme jetzt aus 9 haben wir sehr schön das geht schon mal schneller Luftdruck Luftdruck müssen wir unbedingt erhöhen Titan wie viel Eisen haben wir 2 2 2 Titan brauchen wir noch 1,2 und die stellen wir dann auch da rein dann geht der Index nämlich auch nochmal schneller der KTI Terraforming Index können wir direkt rein stellen ok zack zack ok wie viel machen die neue Baupläne halten Baurad Stufe 2 Baurad Stufe 2 kann mich doch mal ok die geben Wärme sogar noch dazu und 1,5 Luftdruck einfach mal 1,30 mehr natürlich es fehlt uns da Titan ne viel Titan bräuchten wir dafür 1 für 2 Stück 2 Titan gibt es mir nicht eigentlich am meisten überall beziehungsweise man braucht das und dann findet man wieder nichts 2 habe ich 2 fehlen eigentlich noch äh ich nehme gleich Sauerstoff oh hier ist noch ein Eisen oh der Fortschrittsbücher hat ich gestellt ist was ähm so machen wir mal so bei Titan immer noch da kommt es auch mit Aluhut Eisen natürlich Eisen ja jetzt finde ich Eisen das Spiel hasst mich ne kann das sein das Spiel hasst mich nicht da mit Titan Eisen nicht nach dem Titan na toll ah würde man nicht gerne noch 2 davon halt bauen Aluhut viel Platz haben wir noch voll sehr gut so äh was haben wir hier Eisen Silizium Eisen ok wir haben hier keinen Platz mehr kleinen Moment Junge 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 Frosch ähm Frosch umheizte Vater glaube ich da eigentlich naja äh zuck und zuck ok kein Strom mehr natürlich natürlich hm was kostet so brauche ich noch ein Kobold ein Kobold äh was schon sagen was ist das äh sterb gleich wieder ne oder 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 nein wie dunkel das aber kein strom da ist wie dunkel das aber dass man kein strom da ist machen wir so juckt ja keiner ich bin ja alleine hier also wie viel Energie haben wir denn 5,7 0 34 zieht das einfach alles die Bohrer jetzt hier einfach minus 20 Upsala Ups 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 Naja was soll's äh wir können das Ding bauen Silizium und Kobold Hatten wir hier Kobold drin? Ja und ein Silizium noch und dann können wir das Ding bauen setzen wir dann mal hier hinter zuck ok unfruchtbar blauer Himmel wir haben 7,92% wie sieht's aus? 96 94 Luftdruck wir müssen mal den Luftdruck noch weitermachen dafür brauchen wir jetzt mal mehr Energie ok also Eisen, Kobold und Silizium mhm Eisen haben wir Titan Aluhut Magnesium Iridium Eis Wasser Warte mal ich will was gucken Eisen Titan ok brauchen wir von jedem eins ich weiß nicht ob das Kobold eben war aber naja Ups falscher Knopf zack 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 und zack das sollte das gewesen sein ne Silizium äh Silizium noch ja genau einen noch 280 nice uiuiuiui dieses Spiel mhm ja 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 ich würde es gerne noch ein bisschen größer machen ne ähm dafür brauchen wir Eisen für hinten 1,2 2 reichen ne viel brauche ich dafür ne jetzt haben wir hier gleich nochmal mehr ne Nahrungstufe niedrig ja ich weiß ups war dran vorbeigelaufen jetzt haben wir nur noch ein Eisen Moment ich tu mal Kobold weg falsche Kiste ich tu Kobold man nicht weg ne äh ö ö ö da na Sandsturm oder Mitoiden zack 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 okay machen wir das und können hinten erstmal nichts voransetzen wir brauchen wie gesagt auch erstmal Strom 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 und nochmal Strom wie sieht es mit dem Essen aus haben wir hier noch Solarpennellstufe 2 das ist halt noch teurer ne aber die geben halt 6,5 und die geben 19,5 Magnesium kam dazu und Aluhut äh also warte mal das ist gleich geblieben genau Magnesium warte mal wie viel haben wir da stehen 2 4 5 Bewässerung niedrig 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ups Leuchtfackel dass wir uns orientieren können ich war heiß ich war heiß ähm wollte ich gar nicht abmachen eben aber gut zack na gut daneben nicht da hängt das von drinnen zack dann sammeln wir die nochmal auf ähm so können wir halt noch einbauen ne aber ja wir brauchen wieder erstmal eine Plattform naja hallo ähm ups ich drücke mal falsch hin auf zack 2 4 genau jetzt fehlt halt eigentlich nur noch Eisen ne aber egal Sauerstoff einmal auffüllen so nochmal nochmal Sauerstoff Nahrung müssen wir zu uns nehmen Wasser ach na gut äh sauerstoff kann drin bleiben ok Aluhut einmal rein das einmal da rein das einmal da rein und das einmal da rein äh können wir den Nahrungs ne können wir noch nicht Moment was brauchen wir dafür Nahrungszüchter 12 ppt ok es ist gleich fertig wir können Moment nur mal warten darauf bis das fertig ist weil dann können wir die nämlich bauen und unsere eigene Nahrung machen Sauerstoff Eisen hat man nicht mehr ne doch einen noch äh Eis Eis Magnesium Silizium äh ups so zwar Mais zack dann können wir nämlich oh da ist er brauchen wir mal hier hm wir haben nur noch eine 150er naja ich sollte mich nicht so anstehen dann so sehr schön sehr schön module Glas 11 kommunikationsantenne das war wir das eben nochmal gebaut haben ne neuer Bauplan Bildschirmübertragung das sollten wir hier vielleicht mal wegnehmen ne und dann kann man das da nicht so sehen ist was ähm das Ding setzen wir hier hin dann brauchen wir den Energie noch Monitor nochmal dann brauchen wir hier hin äh Bildschirm Baupläne zack und Nachrichten Bildschirm Eisen ähm ja was brauchen wir denn dafür auch Eisen Tansilizium ja guck mal dann kann man besser raufgucken ist doch um einiges einfacher was brauchen wir denn dafür Eisen Alu Wasser Platz haben wir ich würde sagen wir rennen mal da vorne da vorne da vorne da vorne Doppelbett Alu haben wir Eisen brauchen wir auf jeden Fall Titan und Silizium Titan und Silizium und halt Eisen wie gesagt hm Titan 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 so haben wir hier irgendwo Eisen da ist Silizium Magnesium das Eisen Wall haben wir hier noch mehr Eisen hier hm ich würde doch vielleicht noch weiter am Frack bauen oder obwohl wir können ja was brauchen wir dafür Eisen Eisen Titan Basen Titan Silizium Eisen Eisen Titan Eisen ok weil dann können wir nämlich einmal das Ding hier nehmen auch wenn ich glaube dass es ein bisschen Verschwendung ist aber einmal Sauerstoff tanken dann gehen wir hier weiter damit nehme ich noch einen Raumschiff abgestürztes Frack okay die Frack 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 und ja so dann würde ich den nämlich hier vorne hinsetzen haben wir hier noch Eisen ja zack können wir mal mitnehmen hallo war vorbei weil ich in dem Moment noch mal ein bisschen woanders geguckt habe zack dann zack zack ähm zwei Kisten obwohl ähm Blaupause können wir noch nicht machen momentan ne davon haben nämlich nur ein paar Chips ich würde hiervon noch mal gerne ein Ding bauen äh das sehen wir haben wir hier aber dann können wir hier nämlich nochmal Sauerstoff und Wasser herstellen wenn wir was brauchen wenn wir was brauchen wir gehen nochmal rein ähm leck naja ist normal hier wäre wahrscheinlich nix oder wahrscheinlich nur im inneren wieder jup okay dann gehen wir mal rein da das ist schon eine Bahn äh ich geh erstmal hier lang gehen wir die Dinger ab oh nö und dann haben wir hier wieder was zack nochmal Teile zerlege Türraum irgendwo dahinter glaube ich noch ups achso ja das sind die ah der ging da durch verstehe zack so okay was haben wir denn hier tanzen zack 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 da haben wir ne Kiste einmal gleich mit abbauen haben wir nix mehr gehabt da kommen wir nach oben ich gehne aber noch nicht hoch Junge äh aha okay 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 ist gut müssen wir gleich nochmal hin rein aber wir lassen hier nix liegen gar nix wir brauchen nämlich alles alles zu Anfang zumindest so ja du hast Hunger ich weiß stell dich mal nicht so an Kollege einen Moment ich finde hier nochmal Kiste zu bauen zack ok mag ich das hier rein das das wir haben eine super Legierung gefunden oh Axioskelet 2 mhm das sind 200 400 300 sehr gut sehr sehr gut und weiter geht's plündern 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 immer nur plündern da 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 bin dumm ich weiß ähm ok damit hier war nix mehr genau dann gehen wir hier aber nach oben hier können wir nix machen ne ok ok hm ähm ja und Raketentriebwerk Fusionsreaktor schauen wir mal was wir später noch machen dürfen noch ein Chip sehr schön schauen wir mal wenn wir die nutzen dann endlich und was wir so alles kriegen diese Musik hier drin ey die können wir noch nicht abbauen Bohnsamen Lärmersamen oh Gott diese Samen die ganze Zeit das ist nix mehr ne ne ok 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 hier ist nix jo ich weiß guck mal hier können wir noch rein äh ey lass mich durch Samen ich bin da ist wohl ok ups falsche Richtung ne man verläuft sich aber auch ganz gut hier drin ne was man so blöd ist ey so ich glaube ich brauche noch ein zweites Samenkiste ne kann das sein rein damit passt Chips Chips tun wir hier nochmal rein hm Eisen Moment mal zack Eisen ups hä manchmal drücke ich da und mach da nicht vielleicht lass ich ein bisschen zu früh los kann auch sein rein damit ähm das rein das rein das 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 packen wir da mal mit rein die packen wir da mit rein so wie das ich baue mal nochmal zwei fuck fuck äh nochmal drehen hier hin ist egal wie das platzieren wird ähm ich würde das da rausnehmen das da rausnehmen das da rausnehmen zack 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 rein damit genau Triebwerk ich mach mal so die Sachen packe ich hier rein ja Bewässerung ist niedrig stell dich nicht so an zack zack so passt doch oder Kollege okay ich würde sagen wir räumen das Ding noch leer und dann mache ich Aufnahmepause beziehungsweise beende die Aufnahme hier drüber noch was Sam 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 Liedwerk das ist gar nichts das ist auch nichts okay können wir hier irgendwas noch bauen ne ne okay dann hat mir noch drüben gegangen der war hier das war schon offen alles klar da geht es noch mal runter ja aber jeansamen ship hallo junge 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 ist das ne menge Sam an die man seine Samen verloren zack Gott braucht das so lange vielleicht wenn wir jetzt noch dran stehen ne Bohnsamen ein ship sehr gut wir müssen noch mal rein nach oben ich glaube wir brauchen noch eine Kiste oder ich weiß dass es auch Schränke gibt aber ich weiß nicht wann die kommen ähm Eisen rein damit ähm 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 Chips Triebwerk Iridium Biostoff Biostoff Klumpen Blüme Moment ähm 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 rein damit Junge Können auf jeden Fall ganz viel Nahrung machen ganz viel Nahrungs äh Nahrungs Nahrungsrönen machen wie heißen die? Nahrungszüchter ja Nahrungszüchter Nahrungsdings ist auch immer so schön da war ich und da war ich gerade so einmal her damit mal leer machen Junge ist das viel Eisen können die Klamotten mitnehmen ne aber ich weiß nicht so ja ja ne dafür müssen wir wir müssen eh nochmal hier rein wir müssen eh nochmal hier rein Junge was für ein Loot ist da drin da müssen wir nach Hause mit dem ganzen Zeug ne das wird ja ein Spaß okay die Kiste ist auch voll die Eisen ähm okay rein mit dem Eisen das 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 da rein dann kommt das rein weil man Nahrung kann ich hier jetzt mal reinpacken ne eins zumindest beziehungsweise ich mach das so komm ist egal wenn mir halt Nahrung züchten kann passt das schon so und nochmal aber bei 38 Minuten nein da rein ich nehm die Klamotten nicht was eigentlich richtig dumm ist aber ja ich seh's nicht nice ist ja gut okay was auch immer müssen gucken wenn's hell ist ne am besten ey da haben wir nix liegen betten samen betten samen nochmal aubergine samen klar man kann nicht genug haben davon oder oder äh her damit her damit gut wir müssen hier nochmal rein ne ok gehen wir gleich nochmal rein fuck so na gut gehen wir da gleich nochmal rein aber das wird mir eigentlich ein hin und her gerendet wenn wir halt alles rüber schaffen äh Eisen da rein Gredium da rein ist voll das das diesen Arm die Kiste ist halt auch voll ne äh Moment geht das ich glaub wir können keine mehr platzieren oder okay passt schon das passt schon Moment können wir sogar nicht anziehen ne okay er hofft dich so zu freuen Junge mhm was ist denn mit dem hier ach das sind die zwei gleichen alles klar alles klar gut dann gehen wir da nochmal rein warum hab ich mich damit aufgehalten ernehmend oder was will ich damit überhaupt mit den ganzen Klamotten naja welche Richtung da lang da lang da lang aber da hatten wir eben alles leer genau dann haben wir hier noch Kürbis 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 Overtina 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 und goldener Samen bringen wir jedenfalls 600 jetzt kriegen wir den großen Vorratsschrank willst du mich verarschen jetzt kriegen wir den großen Vorratsschrank naja was soll's das Schiff ist leer das Schiff ist endlich leer und damit würde ich aber sagen die ganzen Sachen die jetzt hier alle in den Kisten ist da haben wir dann beim nächsten Mal rüber na gut dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Planet Crafter bis dann ciao 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 Oh, oh, oh.